WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da vorne sitzt der Herr Miller, der von uns die dabei hat für unser Haus. Eine CD-Pressung gibt es da wohl gar nicht. Gibt es bloß auf der Taille oder wie? Ein extra CD. Er hat es auf CD und einer von uns hat es mitgenommen da letztes Jahr im Oktober.